Was genau ist jetzt das Problem? Ist doch ganz anders, oder? Freilich ist das anders. Das Grüne ist der falsche Farbton. Das passt einfach nicht. Grüner wird's nicht. Stadtwerke haben gemeint. Finanzamt schon zweimal. Als nächstes kommt die Pfändung. Der Pfändt dein Flugzeug. Wir wissen, was unternehmen, Schorsch. Scheiße. Schissen. Herr Kempter, Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Scheiße, du dämpf, du dämpferder. Weg mit dem Frick. Was machen Sie denn schon wieder? Der spinnt doch. Oh, Scheiße. Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Komm, komm, komm. Aus welcher Galaxie hast du hierher verschlagen, Außerirdischer? Vom Tegernsee. Ich heiße übrigens Filomena. Äh, Schorsch. Das ist doch kein Name. Das ist ein Geräusch. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist das sogar besser so. Was? Bist du reinglücklich, mein Papa? Zum Nordkopf heute. Nimm mich mit. Bitte. Meine Enkelin sagt, Sie seien eine total coole Sau. Was? Was ist das? Schorsch. Schorsch. Das ist Timo. Also, was der mir alles schon für Schnickschnack installiert hat. So, ja, eine Kamera im Kühlschrank. Kann ich auf dem Handy sehen. Ja, ich hab ja kein Handy. Ich hatte schon ganz vergessen, was das ist. Glücklich sein. Jetzt kannst du nach Hause fliegen, deinen ganzen Krempel in Ordnung bringen. Ja-hah! Ya-hah! Untertitelung des ZDF, 2020